Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich was für euch, das seit geraumer Zeit in aller Munde und mittlerweile in fast genauso vielen Taschen zu finden ist. Nämlich eine Auswahl der Fox Knives Wulpis Modelle. Fox ist da mit einem kleinen Slipjoint Taschenmesser im Stil der Schweizer Taschenmesser von zum Beispiel Victorinox auf den Markt gekommen und das Ding war ein Instant Erfolg. Richie, Dennis, Tools4Gents haben die Dinger recht schnell ins Sortiment aufgenommen, die erste Charge. Keine Ahnung wie groß sie war, war sehr schnell ausverkauft, sehr schnell vergriffen und als es dann hieß Nachschub ist unterwegs, habe ich direkt gesagt Leute da muss ich dabei sein. Ich brauche unbedingt die 130er Version, also geöffnete Länge 130 Millimeter, 13 Zentimeter in Titan. Das Messerchen kostet knapp 40 Euro, Titan Griffschalen und M390 Klinge. Das ist für den Tarif einfach eine unglaubliche Ansage und da musste ich einfach dabei sein. Schlankes Messerchen, ihr seht es ist eine gepinnte Konstruktion. So die ersten Reaktionen auf meine Fotos waren auch, ja warum denn gepinnt und warum nicht verschraubt. Ganz ehrlich, wenn ich es schaffe diese Materialien mit einer europäischen Fertigung für 30, 35, 40 Euro anzubieten, die Aluminium Varianten sogar teilweise noch deutlich unter 30 Euro zu kriegen mit Böhler N690. Auch ein prima Stahl. Ganz ehrlich, dann muss ich irgendwo Kompromisse eingehen und wenn das eine vernietete Griffschale ist, dann bin ich da vollkommen einverstanden. Hinten kleine Lanyardöse, da bekommt man auch ein 550er durch, da werde ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Dieses Messerchen hier ist eine absolute, absolute Granate. Nicht nur preis-leistungsmäßig, sondern ganz allgemein. Was diese Messer so interessant macht, ist, dass sie teilweise wirklich in direkter Konkurrenz zu den Vorbildern aus der Schweiz stehen. Hier haben wir zum Beispiel das Classic. Ich meine, das kommt tatsächlich dann mit brauchbaren Tools daher. In dem Fall ist es hier die Nagelfeile, der Nagelreiniger, die kleine Klinge, die Schere, Zahnstocher und Pinzette. Für so ein kleines Messerchen und für den Schlüsselbund definitiv prima ausgestattet. Aber wenn ich dann sehe, die exakt gleiche Größe im geschlossenen Zustand, also nahezu identisch und dann die Klingen miteinander vergleiche. Ganz ehrlich, für mich ist das brauchbarste Tool an den Classics immer die Schere gewesen. Und wenn ich jetzt bei diesen beiden Messerchen die Klingen miteinander vergleiche und auch die Klingen stärker miteinander vergleiche, dann habe ich hier doch tatsächlich ein brauchbares, in Anführungszeichen, Taschenmesser, während das hier tatsächlich ein Notbehelf ist. Davon abgesehen ist diese dünne Klinge auch immer mit sehr viel Flex verbunden in den Messerchen. Klar, das ist die Notfallklinge. Aber ganz ehrlich, das hier für, ich glaube dann 37, 36 oder 37 Euro Titan und M390 mit der Klingenstärke brutal gut. Das ist die 108 Millimeter Version, einfach nur die Klinge. Das ist die 130 Millimeter Variante, nur die Klinge. Die teureren Varianten, also Titan und Carbon kommen in den Kartons mit dem orangefarbenen Fox Kopf, der dann auch auf diesem sehr, sehr coolen Ranger Eyepatch zu finden ist. Bei den Alu Varianten haben wir diese cremefarbene Bedruckung. So kann man die auch direkt ein bisschen unterscheiden. Und ja, was hier drin ist, möchte ich jetzt einfach mal mit euch zusammen auspacken, damit ihr auch mal seht, ja, was dieses, was dieses Erlebnis Fox Vulpes denn für euch ist, wenn das Messer nach Hause kommt. Ganz kurz mal drumherum geschaut. Ein paar grundlegende Informationen. Den QR-Code habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Infos zu den sozialen Netzwerken und so weiter und so weiter. Eigentlich ganz nett, hier oben schon die Lasche vorgesehen zum Öffnen. Darin in einem Jute-Säckchen, das finde ich richtig nice, befindet sich das Messer. Ist auch nochmal mit dem Fox Logo bedruckt und ein bisschen Paperwork ist auch noch mit dabei. Ansonsten nichts im kleinen Karton. Hier sind dann nochmal ein paar Informationen zu der Reihe der Wulpis Messer. Da könnt ihr die verschiedenen Variationen sehen, also 108, 130 Millimeter, 3 Tools, 4 Tools mit Säge, 4 Tools mit Schere statt Säge und 5, also mit Schere und Säge. Das Ganze nochmal in der näheren Erklärung und hier nochmal abgebildet dann in der Titan-Variante. Auf der Rückseite dann für Aluminium und die verschiedenen Farben. Soweit ganz gut. Für so einen Beipackzettel, nenne ich es mal, ist das schon wirklich sehr ausführlich. Das ist nahezu vorbildlich gemacht. Coole Sache. Wer weiß, ob ich den jemals, das ist ähnlich wie mit alten Stadtplänen oder Autobahnkarten. Wenn du die einmal auseinander gefaltet hast, wird es eine wissenschaftliche Großaufgabe, die Dinger wieder zusammenzufalten. Ja, im Säckchen dann, wie gesagt, orange bedruckter Karton, die etwas teureren Varianten. Und hier haben wir dann noch die Variante in Carbon Fiber. Hier sind dann auch alle Tools vorhanden, also 5 an der Zahl, was die Breite natürlich ein ganz klein bisschen erhöht. Das Ganze ist auf, wie ihr schön sehen könnt, auf 4 Lagen. Das heißt, die Klinge hat immer die eigene Rückenfeder. Schönen Half-Stop. Wie gesagt, Vulpes Maniago Italy M390. Rückseite ist Plain. Dann haben wir die kleine Säge. Ist natürlich eine kompakte Säge, das muss man ganz klar sagen. Aber die Zahnung ist ultrascharf. Die sind auch gegeneinander versetzt, wie man das von den Victorinox-Sägen auch kennt. Und die stehen ja auch in einem ziemlich guten Ruf. Also wenn es wirklich nur darum geht, meinen kleinen Ast abzusägen irgendwo. Ich glaube, das Ding ist da definitiv ganz tauglich. So, jetzt nächste Lage ist die Schere. Da möchte ich doch dann nochmal das Classic ranholen, dass man da auch direkt einen Vergleich hat. Da ist also dann tatsächlich nochmal ein ziemlicher Unterschied in der Größe. Wenn der generelle Aufbau doch nahezu identisch ist. Also auch die Konstruktion der Feder hat Fox hier ziemlich gut übernommen, nenne ich es mal. Das Ding funktioniert also wirklich einwandfrei. Ist auch wunderschön scharf. Und über die Feder rastet es genauso schön, sauber und satt ein. Dann haben wir die beiden, ja wie sagt man immer schön, bei Victorinox die alten Bekannten. Hier allerdings in einer etwas anderen Ausführung. Wirkt schon sehr kantig, sehr geometrisch. Das ist natürlich der Dosenöffner. Sehr scharf, sehr spitz. Vorne tatsächlich noch angebrachten Flachkopf, Schraubendreher oder ein Mini-Prybar, je nachdem wie man es sehen möchte. Von der Tauglichkeit bei der Schärfe und dem Winkel gehe ich einfach mal aus. Also da kriegst du auf dem Campingplatz die Dose Ravioli schon mit geöffnet. Und auf der anderen Seite dann natürlich der Kapselheber. Auch hier mit einem Flachkopf, Schraubendreher oder eventuell auch kleinem Prybar. Von der Stärke des Materials, ja für eine, weiß ich nicht, für eine Farbdose oder so wird es schon reichen. Allerdings möchte ich natürlich mit so einem Teil keine schweren Hebelarbeiten machen. Dafür gibt es sicherlich geeignetere Lösungen. Auch hier Half-Stop, prima. Alles funktioniert. Das Carbon Fiber natürlich sehr plain, sehr glatt. Dadurch hat es die ganz klassische geometrische Optik der Waben bzw. der Flechtstruktur, so wie man Carbon Fiber kennt, also kein wildes Carbon oder ähnliches. Nichtsdestoweniger sehr, sehr schön. Kleiner Schlüsselring ist auch noch angebracht. Ja, hier würde ich tatsächlich in der Tat dann auch vielleicht ein kleines Lanyard dran machen wollen. Irgendwas, was schön zu dem Carbon Fiber passt. Also ein knalliges Blau oder ein Purple oder so. Das sieht immer gut aus dazu. Einen schönen Titan Beat und ja, dann hast du wirklich ein geniales Taschenmesser. In den teuersten Varianten sind wir glaube ich bei etwas über 80 Euro. Und wenn man dann mal überlegt, was man für sein Geld bekommt. Klar hast du immer die Möglichkeit, dir einen Victorinox zu kaufen und das zu pimpen, wenn wir von dem Compact ausgehen, was eins der beliebtesten Modelle ist, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Bist du beim Anschaffungspreis schon bei knapp über 40 Euro. Ein paar schöne Custom Titan Griffschalen. Ich denke mal, da geht es bei 50, 60 Euro los. Das heißt, du bist am Ende dann mit Klebematerial locker im dreistelligen Bereich. Hast dann aber immer noch den, und alle Victorinox Fans mögen mir das bitte verzeihen, den minderwertigen Stahl. Hier hast du bei Carbon Fiber und bei Titan den Böhler M390. Die Aluminium Varianten, die ich euch jetzt auch mal zeigen möchte, und dann fange ich mit einem 4-Layer in Schwarz an, weil das einfach das unspektakulärste ist. Das ist jetzt die Variante mit Säge statt Schere. Brauche ich jetzt nicht noch mal alles rausholen. Die Tools habt ihr gesehen, ihr wisst worum es geht. Und hier könnt ihr dann sehen, es ist der Böhler M690CO. Auch ein prima Stahl, das heißt, selbst in den günstigeren Varianten habt ihr hier einen Böhler Stahl verbaut. Ja, 108er in Titan. Ich habe einen 108er in Alu Orange. Vielleicht sogar meine Lieblingsfarbe. Tolles, knalliges Orange. Böhler M690. Ich glaube, in der Variante ist es die günstigste, die angeboten wird für 24, 25 irgendwie so um den Dreh. Je nachdem, was du für ein Classic suchst, bist du schon fast beim gleichen Preis. Klar, vielseitiger, mehr Tools zugegeben, aber hier hast du definitiv die brauchbarere Klinge. Winzig kleines, wunderschönes Messerchen, was dann trotzdem über eine recht stabile und satt ausgeführte Klinge verfügt. Also Titan und Aluminium Orange in knallbuntem, zu dem Orange passt ganz wunderbar das zweilagige 3-Tool Alu in blau. Also wir verzichten auf die Schere und auf die Säge. Hier können wir nochmal sehen, wie schön die beiden üblichen Verdächtigen hier gegeneinander arbeiten. Die sind also so ausgearbeitet und angeschrägt, dass man jeweils noch einen Millimeter oder zwei gewinnt und die Dinger dann so hübsch nebeneinander landen. Finde ich ganz cool gemacht. Darum vielleicht dann auch die Variante hier mit dem mit dem abgeschrägten Flachkopfschraubendreher. Der erfüllt dann noch einen doppelten Zweck. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass das der Grund war, das so anzubringen. Ansonsten sicherlich in dieser Variante das ideale Camping- und Wochenend-Tool. Du hast was zum Schneiden und du bekommst sowohl die Dose Ravioli als auch die Flasche Bier geöffnet. Also sehr, sehr cool mit den drei Layern in dem Blau. Und wenn sie jetzt nebeneinander liegen, Leute, das Blau und das Orange, das ist doch absolut grandios nebeneinander. Ich habe allerdings noch ein 3-Layer-Modell für euch und zwar wahrscheinlich die Konfiguration, die ich am ehesten wählen würde. Nämlich mit Schere statt Säge. Das heißt hier Aluminiumgrün in dem mittleren Layer die Schere. Grundsätzlich bin ich der Meinung, könnte man auch die mittlere Lage dann für die Klinge nehmen. Denn es ist ja nie verkehrt, wenn im geöffneten Zustand die Klinge sich dann auch tatsächlich in der Mitte befindet. Sollte vielleicht sogar für die Kontrolle des Messers nochmal ein paar Prozent bringen. Keine Ahnung, ob das jetzt nur eine Spinnerei ist oder ob das tatsächlich so ist. Aber könnte ich mir ganz gut vorstellen, die zwei zu tauschen. Das hätte zudem noch den kleinen Vorteil, dass ich die Schere überhaupt richtig gut erreichen könnte. Die ist jetzt aufgrund der Bauhöhe und der Stärke der Klinge nicht so gut zu erreichen. Ich komme dran, ja. Auch wenn meine Nägel verhältnismäßig kurz sind. Aber es ist nicht perfekt. Entweder müsste die Schere ein ganz klein bisschen höher sitzen oder ich müsste die Tools eventuell sogar ab Werk tauschen. Dann hätte ich noch mal ein paar Prozent an Praktikabilität rausgeholt. Ansonsten ja nichtsdestoweniger großartiges, großartiges Taschenmesser auch in der grünen Variante. Ich bin froh, dass über die Kamera jetzt zumindest über mein Display die Farben einigermaßen naturgetreu rüberkommen. Die sind nämlich wirklich gelungen. Wie gesagt, das Orange, mein absoluter Favorit. Im Großen und Ganzen die Fox-Wulpis-Modelle. Absolute Spitzenklasse. Das ist meiner Meinung nach der erste ernstzunehmende Konkurrent für Victorinox. Allein aufgrund der Tatsache, dass hier das den Kunden geliefert wird, was so viele schon seit so vielen Jahren verlangen. Nämlich endlich mal ein vernünftiger Stahl an einem Multifunktionstaschenmesser. Und während Victorinox weiterhin, das wird ja wahrscheinlich der 141-16 sein oder irgendwas in der Richtung, auf diesen Stahl setzt, geht Fox hier den Weg, Fox hier den Weg, auch nicht schlecht, geht Fox hier den Weg, dass man sich für einen Superstahl entschieden hat. Klar, M390 ist mittlerweile so allgegenwärtig gewesen, dass einige schon die Nase rümpfen. Da besteht aber überhaupt kein Grund. Als Allrounder ist das vielleicht immer noch einer der drei besten Stähle am Markt. Im Moment so ein ganz klein bisschen vom Hype um Magna Cut abgelöst und in den Schatten gestellt. Was für den M390 aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, denn dann ja, gibt es ein bisschen mehr Ruhe und ja, das ganze Gebäsche hört vielleicht ein bisschen auf. Wieder M390 und so. Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen. Also da gab es ja einige Stimmen, die da schon mal einen Wechsel gefordert hatten. Oder die dessen vielleicht einfach überdrüssig waren. Das kann ja auch sein. Ich bin nach wie vor ein riesengroßer Fan. Ich freue mich riesig über die Modelle, besonders das 130er hier Titan M390. Das ist für mich ein riesengroßer Wurf. Gehört für mich bis jetzt definitiv in die Top 3 Erscheinungen des Jahres 2023. Mein Messer des Jahres 2023 steht ja eigentlich fest. Ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwas kommt, was das verdrängen könnte. Das ist und bleibt mein Tectile Knife Company Backstar bzw. Bear. Ich liebe es einfach über alles, dieses Teil. Mal gucken, wie ich die letzten 3-4% bei der Schärfe noch rauskitzeln kann beim Magna Cut. Das ist gar nicht so leicht mit Hausmittelchen, aber da fällt mir sicherlich auch noch was ein. Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn wir uns den ein oder anderen Gewichtsvergleich noch anschauen, haben wir Alu-4-Lagen mit Säge, Alu-4-Lagen mit Schere. Gucken wir uns einfach mal an, welches der beiden dann am Endeffekt schwerer ist. Wahrscheinlich das mit der Schere. 51,9 Gramm haben wir mit Schere. 51,6. Ja, das war ein ganze 0,3 Gramm Unterschied. Ich habe es euch ja gesagt. Also die 3-Layer-Modelle knapp 52 Gramm. 4-Layer Carbon Fiber. 57,4. Also volle Hütte. Nicht mal 60 Gramm. Finde ich großartig. Dann haben wir die 2-Layer in Blau. Meiner Meinung nach, wie gesagt, perfekt für den Wochenend-Camping-Ausflug. Gerade mal 41 Gramm. Das ist natürlich brutal leicht. Jetzt mal Titan und Aluminium im Vergleich bei den 108ern. 21,5 Gramm für die Alu-Variante. Und 28,7 für Titan. Da sieht man nochmal den Unterschied zwischen Titan und Aluminium. Und das 130er, nur Klinge, liegt bei 35 Gramm. Leute, Leute, Leute. Großartige Taschenmesser von Fox aus Maniago. Bereitgestellt für dieses Video. Mal abgesehen vom Titan, was ich gekauft habe. Von Tools4Gents. Richie, Dennis, ganz ganz lieben Dank dafür, dass er mir die Messer zur Verfügung gestellt hat. Ich werde jetzt gucken. Heute schaffe ich es leider nicht mehr zur Post. Anfang der Woche werden sie dann zu euch zurückkommen. Das Video wird wahrscheinlich am Sonntag online gehen. Das heißt, wenn ihr das jetzt schaut, dürfte eigentlich Sonntag sein. Lassen wir uns mal überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage, wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.